Test, Test, 1, 2, 1, 1, 2. So, sehr verehrte Damen, sehr verehrte Herren, darf ich Ihnen nun den neuen, noch unentdeckten, den einzigartigen, den wunderbaren Candy Kissing Randy vorstellen. Denn diese Perle der musikalischen Unterhaltung hat einen langen Weg zurückgelegt, um hier zu sein und für Sie spielen zu können. Jahrelang hat er sich als Süßwassermatrose durch die europäischen Gewässer getrieben, arbeitete als Erdbeerpflücker, als linke Hand des berühmten Kochgespanns The Hardy Brothers. Danach zog es ihn als Pizzabäcker Angelino nach Kalabrien. Mit diesen und noch vielen weiteren Geschichten im Gepäck steht er nun hier. Doch dafür wäre weder Raum noch Zeit. Ich bitte Sie nun um einen tosenden, einen rauschenden Applaus für den einzigartigen, den wunderbaren, den Vater aller Paviane, Candy Kissing Randy! Hello! Hello! Good evening! Bienvenue! Buonasera! Bienvenidos! Yes! Carly Späder! This is Candy Fuckin' Randy! Du bist ein Ochse. Nach der Werbung geht's weiter. Ich bin ein Ochse. Ja. 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 Wanns. Ja.